Das kann doch nicht sein, die sind alle leer, die eine, ich hab eine gefunden! Eine, eine, ich hab... raus, 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 hör mal! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Advent, zum achten Türchen hier vom Minecraft Adventskalender. Heute dürfen wir gleich mal zum Anfang an einen Gast begrüßen, der für den lieben Flo einspringt, der heute nicht so lieb ist, weil er nicht da ist. Und zwar den Baloui. Guten Morgen, Tag, Hallo und so. Was weiß ich, wann das rauskommt. Genau und erstmal alle auf die Fresse hauen und dann geht's direkt. So los geht's. Ja, auf geht's. Wo war das denn? Wo war das denn? Warte, wo ist der wieder hin? Ach da. Der 8. Dezember hier. Wow. Und ganz zu vergessen zu sagen, schönen zweiten Advent. Wollte ich noch, äh ne, ja doch, doch, zweiten Advent. Echt, 2. Advent? Ja, 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 das kommt ja im zweiten raus. Das ist ja cool, was ist das hier? Ich bin gespannt. Kann ich erklären kurz? Ja. Hi. Ihr seht da natürlich jetzt grad ein Haus, das ich selber von mir gebaut habe. Und hier seht ihr jeweils zwölf, genau. Zwölf von diesen Portalen. Und ihr wisst ja, da können ja die Enderoogen rein. Und in diesem Haus, in diesem Schloss. Ah, das ist ein Portal. Sieht bei mir aus wie Kuchen. Ja, bei mir auch irgendwie. Noll. Okay, ne. Das ist total. Und in diesem Haus sind 36 plus 5, aber da komm ich gleich noch, 36 Perlen versteckt. Wenn ihr alle gefunden habt, oder ihr könnt auch einzeln herkommen, müsst ihr die einsetzen. Und wer zuerst alle zwölf eingesetzt hat, hat gewonnen. Also bei seinem, bei seinem, bei seinem Team, ne? Ja. Da gehen wir jetzt aber in die verschiedenen Kanäle, äh, in die verschiedenen Channel. Das würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, weil sonst ist das wieder so durcheinander. Ja, warte, warte. Dann lass mich kurz noch zu Ende erklären. Ja, ja, genau. Gibt es eine Truhe, die ist, äh, fand ich am besten versteckt von allen und da habe ich fünf Enderpearen auf einmal reingesteckt. Also. Achso. Okay. Ihr kriegt natürlich jetzt noch einen kleinen Buff. Wahrscheinlich nicht direkt am Eingang. Lol. Wow. Okay. Yeah. Nice. Okay. Kann jemand anderes diesmal ziehen? Die Leute weg? Ich kann. Ich kann. Alle können das Team haben. Aber ich weiß nicht, wer zu wem gehört. Ich kann nur meinen mitnehmen. Ähm. Der Mentor und ich. Wer ist ich? Ich, ich. Freaks. Freaks. Okay. Hallo Mentor, du alte Sau. Hey, Freaks. Boah, Alter. Mir, mir scheint dieses, die, die, das Licht ins Gesicht. Äh, ich, irgendwie kann ich voll schlecht auf dem Monitor sehen, aber egal. Okay. Gut. Sehr gut. Aber ich glaube, du findest trotzdem noch Truhen. Ja, hoffe ich auch. Ich glaube, ich mach den mal ein Stück heller, wenn das geht. Warte mal. Erstmal live in der Aufnahme den Monitor heller machen. Reiz, weiz, gooo. Oh, geht's schon los? Okay. Wieder aus dem Menü raus und dann geht's ab hier. So, pass auf. Wow. Mentor, wir teilen uns einfach auf und probieren einfach die. Ja, ich bin aber mit dem Monitor Garant. Ja, ich auch. Genau. Und, ähm, wir suchen einfach hier. Fick dich. Truhen? Hier ist gar keine Truhe. Scheiße. Ich bin natürlich da, wo keine Truhe ist. Ja, ich natürlich auch. Ich lauf hier einfach. Ich renn einfach wie so ein Behinderter durch die Gegend. Oh nein. Durch das ganze komplette Gebäude hier. Leute, ich hab auch ne Truhe. Wie komm ich da ran? Da war eine. Nein, da war eine. Die gute Frage ist jetzt, wie komm ich da ran? Wow. Nein. Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Mentor. Mentor, da oben ist ne Truhe. Wie komm ich da ran? Hab ich. Wie viel hast du? Einen. Gut. Bin gut, ne? Warte mal. Wie komm ich denn wieder hoch? Ich muss erstmal wieder hoch. Und ich probier jetzt diese Truhe da oben noch zu kriegen. Hier hat schon jemand gefunden. Hier hat schon jemand gefunden. Welche? 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 Warte. Die hier oben an diesem Kronleuchte ist noch so ne Truhe. Ja, wie kommst du da hin? So. Glaub ich. Ja, ich bin dran. Eye of Ender. Ja, hab ich. Nein, ist gut. Okay, wie viel hast du? Eins? Einen. Immer noch. Okay, wir haben jetzt also zwei. Gut, okay. Ach du Scheiße. Das ist sehr scheiße. Warte mal. Hier ist noch ne Truhe. Hat die schon jemand? Ja, scheiße. Der hat schon jemand ausgeräumt. Ähm. Hier oben ist... Okay, ich hab jetzt drei Stück. Ja, ich hab auch... Also ich hab zwei. Also haben wir fünf. Wir müssen zwölf haben. Wir müssen zwölf haben. Richtig, richtig, richtig. Anstatt... Das ist einfach mal so krass riesig hier. Das ist... Boah, man kann doch gar nicht durch die Türen gehen, weil man einfach so schnell ist. Ja, aber das schnelle ist richtig praktisch, weil so kannst du ganz schnell einmal durch den Raum laufen und gucken halt, ob da was ist oder nicht. Und ich meine hier draußen... Ja, ich hab jetzt schon fünf Enderperlen, Kollege. Okay, ich hab zwei. Warte mal. Wir müssen ja immer als schnellstes Team müssen wir die ganzen Enderperlen oder die ganzen Eye of Ender haben. Und ich würd sagen, wir bringen die ab und an einfach mal da zu uns. Ich glaub, wir waren Team Gelb, ne? Oder welches Team waren wir? Äh, ja, genau. Team Gelb, glaub ich. Ja, Team Gelb. Nicht, dass wir die Fällen in ein falsches Team schmeißen. Ja, das war schlecht. Ne, ne, ne. Wir waren grad eben auch Team Gelb. Ich denk mal, wir sind Team Gelb. Soweit, wie ich mich erinnern kann. Team Rot sind wir auf jeden Fall nicht. Also, ähm... Bezüglich... Kisten hier sind zwar Millionen von Kisten, aber... Hier war ich, glaub ich, gerade schon. Hier sind Millionen von Kisten. Genau. Irgendwie gibt's da so ein Need irgendwas mit Millionen von Lichtern, oder? Oder so. Hab ich grad irgendwie im Kopf am Summen. Ich weiß nicht warum. So. Okay, jetzt hab ich sechs Perlen. Sechs Perlen hab ich jetzt. Echt? Ich hab immer nur noch zwei. Ich lauf grad von Raum zu Raum, such noch ne Kiste. Sieben hab ich. Ja gut, okay. Ich... Ich... Ich lauf... Ich lauf raus. Erstmal, wenn ich hier irgendwie mal wieder rauskomme. Hier ist Balui. Blödmann. Geh weg, du. Loll, wie weit hoch geht denn das hier? Loll, lol, 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 lol. Also... Eine Schwierigkeit wird auch, glaub ich, sein, hier rauszukommen. Warte mal, hat der die schon? Oh, der hat die schon, der Arsch. Der Balui da. Balui. Was hast du jetzt? Wir haben schon fast gewonnen, Mann. Warte, wie viel hast du? Acht. Warte, wir haben zehn. Zwei noch. Zwei. Zwei. Ah! Ich guck erstmal, ob ich irgendwie jetzt hier wieder rauskomme auf diesem Gebäude. Weil es ist so verwinkelt hier gerade. Labyrinth. Das ist richtig Labyrinth, ist das? Ja. Warte mal. Also ich hab acht. Okay. Das ist schon so gut wie... Ich guck mal. Ah, ich hab die Außentreppen wieder gefunden. Okay, nice, nice, nice. Warte mal. Wo ist denn hier der Ausgang? Der Ausgang müsste... Hallo, Mentor. Hi. Also hier noch weiter runter, glaub ich, oder? Komm, lass mal runter gehen. Ja, irgendwo müssen auf jeden Fall noch Truhen sein, die wir vielleicht noch finden sollten. Wäre zumindest sinnvoll. Warte, hier ist die Küche. Also ist der Ausgang hier. Gut, okay. Ich hab den Ausgang gefunden. Ich schmeiß das mal eben kurz ins gelbe Team. Sind wir ja? Ja, aber es ist besser, wenn wir jetzt suchen. Weil das bringt ja nichts, wenn wir nicht alle haben. Nein, nein, nein. Ja, aber dann... Aber nein, dann brauchen wir nicht mehr so schnell. Ähm... Falls halt... Ja, ist halt... Ist halt besser, wenn wir da schon vielleicht... Falls halt ja halt, ist halt besser. Okay, gut. Ja. Du weißt schon. Ich kann das... Ich hab neun. Neun, neun, neun. 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 Gut, noch eine. Eine. Eine brauchen wir noch. Eine verdammte Scheiße! Wo ist sie? Gib sie mir! Warte mal, kann... Es kann doch nicht sein. Okay, hier ist keine mehr. Warte mal. Hier ist auch keine... Eine verdammte. Gelb, zwei, rot, vier. Äh, rot hat anscheinend schon vier reingebracht. Ich hab doch schon neun. Das heißt, wir sind doch so vorne. Ja, 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 ja. Aber... Wir wissen das ja noch nicht, dass ich schon so viele habe. Ja, das ist... Kommt halt ganz drauf an, wie viel du da reingesteckt hast. Und ich hab halt grad einfach nur... Ich hab noch gar keiner reingesteckt. Deswegen ja. Ich hab nur extra einfach schon zwei reingesteckt, damit es zwei ging. Ich such gerade wie so ein Behinderter. Ich laufe hier die ganze Zeit durch diese Scheiß... Äh... Dingsterwumster. Ja, hier ist wirklich gar nichts. Durch dieses verdammte Gebäude und suche. Ich hoffe, ey, wir müssen noch eine verdammte Ender-Perle... Eine verdammte Perle. Äh, ähm... Ja, Eye of Ender finden. Das ist immer so. Du... du brauchst immer eine... Und keine Ahnung. Ja. Das ist immer so. Das ist immer bei Spielen so. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Was mach ich jetzt? Okay, die geht nicht. Okay, nice. Scheiße. Toll, toll, toll. Hier ist nix. Okay, warte mal. Da noch durch. Eine verdammte Scheiß. Eine verdammte Scheiß. Hier die öffnen. Warte mal, wo ist der Ausgang eigentlich nochmal? Ähm... Unten. Deswegen. Deswegen hab ich das ja schon hingebracht, damit man... ...dich den verdammten Ausgang suchen muss. Shit, 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 shit. Komm schon. Tipp, Doppelpunkt. Eine einzige verdammte. Der Tipp kommt. Jetzt kommt der Tipp. Jetzt kommt der Tipp. Wir brauchen noch eine einzige. Da ist der Tipp vielleicht gut. Ja, das ist richtig. Es gibt auch mehrere Etagen. Ja, das ist mir klar. Ach... Och, Mann, ey. Was ist der Tipp, ey? Beste Tipp ever. Die kennen wir doch schon. Mail-Tipp. Fuck, ey. Was mach ich jetzt? Eine einzige noch. Was machen wir jetzt? Aber das kann doch nicht sein. Die sind alle leer. Die... Eine. Ich hab eine gefunden. Eine. Raus, raus. Schau mal. Ich such den verdammten Ausgang. Ja, warte. Wie schmeiß ich die denn da rein? Wie schmeiß ich die denn da rein? Einfach reinschmeißen. Einfach reinschmeißen. Einfach reinschmeißen. Ja, einfach rein drücken. Drücken. Nicht droppen. Einfach rechts... Warte mal. Ist das Rechtskick? Nein. Ja, doch. Rechtskick. 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 Einfach drauf gehen und rechtskick. Achso, jetzt. Okay, alle drin. Okay, du kommst schnell raus. Warte, 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 warte. Hier ist der Ausgang. Ich hab den Ausgang. Ich hab den Ausgang. Ich hab den Ausgang. Wo ist das Ende? Los, da einfach irgendwo reintun. Ich hab's einfach irgendwo reingetan. Hä? Warte, wo hast du's rein... Wie... Wie hast du's... Wie hast du's da reingetan? Einfach Rechtskick, Rechtskick. Wenn du drauf stehst. Hä? Rechtskick. Ja, also mit der Enderperle in Hand. Hä? Du musst die hier rein fügen, ne? Wie rein fügen? Ja, mit Rechtskick. Da so alles hier mit Rechtskick voll machen. Ach, alles mit voll machen. Ich hab die alle in eine gepackt. Hä? Und wie kriegt man die da jetzt wieder raus? Keine Ahnung. Hä? Lol. Wie... Hä? Wie bist du denn da reingegangen? Lol. Lol. Nein. Hä? Wie... Wie hast denn das gemacht? Warte mal. Lol. Gleichen Fail hatte ich auch vorhin. Ja. Wir hatten zwölf. Nein. Wir hatten zwölf. Wir hatten zwölf. Ja und jetzt? Ja toll. Da hab ich gern Bock mehr. Jetzt bleib hier stehen. Ah, ja gut. Okay, ich suche. Ganz ehrlich, wenn das so verbuggt ist, die können wir nicht machen. Ich suche weiter. Er hat doch gesehen, dass ich die alle reingedroppt hab. Ich renne nochmal durchs Haus. Warte mal. Das ist doch bescheuert. Ganz ehrlich. Wie soll man denn das wissen? Dass man die alle in... Oh, das ist doch behindert. Ganz ehrlich. Aber warte mal. Wie viele sind denn... Wie viele Enderperlen haben die vier schon hinzugefügt? Habe die vier schon hinzugefügt? Ja, ja. Wir haben... Wir haben doch schon zwölf gehabt. Wir hatten zwölf. Schau dir später die Aufnahme an. Das ist der Beweis. Ja, Mann. Das ist voll kacke. Mann, das nervt mich gerade. Das ist doof. Wieso schreibst du nein? Wo sind die denn? Ähm, du hast die... Wie hast du die denn da reinbekommen? Mit Rechtsklick einfach. Einfach mich draufgestellt, Rechtsklick gemacht. Ganz oft. Weil ich dachte, die müssten einfach in irgendein so ein Ding rein. Ganz oft Rechtsklick. Mhm. Geh jetzt. Hab keinen Bock mehr. Ich lefte jetzt gleich vom Server. Warte mal. Die sind... Die sind alle in einem. Okay, na dann. Okay. Anscheinend haben wir gewonnen. Ja. Müssen wir ja auch. Ich hab die doch alle reingetan. Hä? Ja. Die... Oder wer hat hier gewonnen? Ja, anscheinend. Ja, ne? Ich hab die da alle reingepackt. User was moved out of your town. Ey, Leute. Ich hab... Ich hab alle Perlen da reingepackt. Die müssen ganz schnell machen. Die waren alle weg. Wenn du failst, dann ist das nicht unsere Schuld. Wieso? Ja. Wieso? Woher soll ich denn das bitte wissen? Ganz ehrlich. Ich hab auch zwei aus Versehen dadurch weggehauen. Uns fehlen auch fünf. Die sind schon in der Luft. Die sind schon in der Luft. Ja, das ist... Ja, weißt du. Das ist einfach das Problem. Und ich mein... Ähm... Überleg mal. Wenn wir jetzt hier noch weitermachen. Wie viele Perlen sind denn hier versteckt? Kann überhaupt jetzt noch jemand gewinnen? Weil ich mein... Da sind jetzt... Da sind jetzt... Zwölf... Zwölf Perlen drin. Äh... Hibalu... Ja, und Dingsdarmumser hat auch zwei verbaselt. Und ich schätz mal jemand anders auch noch. Wie kann man... Wie kann man zwei... Du... du kann... Ich habe acht... Neun Stück gerade in ein so ein Ding reingepackt. Weil ich ganz schnell machen wollte. Weil ich gewinnen wollte. Dann hab ich die ganz schnell da reingepackt. Einfach rechtsklicken gemacht ganz oft. Dann waren sie alle drin. Dann sag ich... Ja, wir haben gewonnen. Und keiner reagiert. Wie kannst du denn... Wie kannst du denn... Auf das gleiche Ding... Meinst du die stacken automatisch seitlich oder was? Guckst du doch an! Nein, ich meine... Wie kommt man auf dem Ding, das zu machen? Ja, weil ich einfach schnell sein wollte. Ist doch logisch. Junge, wir hatten kaum noch Zeit. Und dachten vielleicht, die anderen sind schon weiter. Und deswegen haben wir einfach ganz schnell alles reingeklatscht. Und dann war es schon zu spät. Ja. Weil ich hab... Am Ende hab ich auch noch gesucht. Aber ich hab irgendwie nur noch leere Kisten gefunden. Ja. Da waren noch auf dem Dach ein paar versteckte. Da hab ich noch ein paar gesehen. Ja, ja, ja. Ich weiß. Da hab ich dich nämlich runter rennen sehen. Und hab dann auch noch da ein paar Kisten gesehen. Aber die waren halt auch schon alle leer. Ich hab die ganze Dinger über eine einzige volle Kiste gefunden. Ich hab glaub ich zwei gefunden. Ich hab neun gefunden. Drei mit zwei Perlen. Du hast drei gefunden. Ich hab neun gefunden. Ja, Mentor ist richtig ausgerastet. Ja, super. Dann haben wir ja unseren Gewinner. Ja. Ob er jetzt gewonnen hat oder nicht. Ja. Ihr könnt es jetzt hin in der Aufnahme. Ja. Screenshot heute in Heaven. So ist das immer. Direkten Screenshot. Lukas, wie ist der aktuelle Punktstand? Ja, genau. Wir haben zwei Platz. Ja, also ich will nur drauf bestehen. Was willst du dafür Punkte geben? Wir hatten nämlich am zweitmeisten Perlen. So, nach dem Scoreboard. Ich glaub wir haben momentan keinen Punktstand. Weißt du, du hättest einfach sagen sollen. Wir hätten den Punktstand tun sollen. Ja, anscheinend ist der Punktstand tot. Na gut, dann erfahren wir morgen den Punktstand von Screenshot. Ja. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Türchen. Also haut rein. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020